Okay, dann geh ich jetzt mal durch blau. Wenn das dann falsch ist, müsste ich ja zu dir kommen wieder. Ah, hi. Okay, jetzt bin ich wieder bei dir. Okay, dann geh ich jetzt nochmal durch rot und dann nochmal durch rot. Lass da hingehen. Ich dachte, jeder eine Seite. Ja? Okay. Also hier ist eine unsichtbare Wand, hier komm ich nicht rein. Okay, hier ist eine Treppe, die nach oben führt. Okay, ich folge dir. Sehr gut. Das ist klinisch hier und hell, komisch. Oh, da hinten ist jemand aufgetaucht. Da ist Schrift. Was für eine Schrift? Oh, blau und rot. Ich warte mal eben auf dich. Ja? Möchtest du blau oder rot? Der ist von langen gegangen. Äh, rot. Okay, dann nehme ich blau. Oh, rot geht nach unten in die Hölle. Haha. So, blau. So. Würde mich immer interessieren, wie lange er an dieser Map gebaut hat. Hä? 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 Wir sind doch noch teleportiert worden jetzt gerade, oder? Ja, siehste? Oh, lol. Dann lass zusammen in eine gehen, oder? Oder andersrum. Voll konfus. Ah, ich bin jetzt teleportiert worden. Okay, ich bin wieder hier. Ah, ich auch. Dann lass mal zusammen in eine gehen. Zusammen in rot? Ja. Ja. Ja, komm. Hä? Okay, zusammen in blau. Hier hol. So ein endlos Ding. Ja, das klappt, ne? Warum wird es teleportiert? Ja, aber vielleicht sieht nur alles gleich aus. Kann das sein? Dass wir immer eine Etage höher kommen? Wir müssen... Ich mach mal F3 an und guck jetzt mal auf welcher Höhe wir sind. Okay, ne, warte mal. Wo ist denn die Höhe? Ja, wir sind jetzt auf Höhe. Jetzt bist du verschwunden. Jetzt bist du verschwunden vor mir. Okay, wir sind jetzt auf Höhe 3. Geht's mal hoch. Dann sind wir auf Höhe... 9. Hä? Hä? Du bist... Okay, und wieder auf Höhe 3. Was denn? Warte mal, du bist durch blau gelaufen, ne? Dann warst du auf einmal weg vor mir. Ja. Dann lauf ich mal jetzt durch rot. Vielleicht ist das eine Kombination, die man machen muss. Ah, du bist jetzt auch... Du bist jetzt auch woanders, glaub ich. Weil ich seh hier durch die Wand so komische... Schriften. Ey! Siehst du die auch da? Die Schriften? Ja, die meinte ich ja vorhin. Aber was ist das denn? Vielleicht müssen wir immer durch eine gehen und es gibt immer nur eine richtige dann. Okay, lauf mal. Okay, ich geh durch rot. Okay, warte. Ich bleib mir hier stehen und guck, ob du hier wieder auftauchst. Weil wenn ich wieder hier ankam, kommt was falsch. Okay, ich seh dich nicht. Okay, bist du jetzt wieder da? Bei den Farben? Ja, ich steh schon genau vor den Farben. Okay, dann kamst du jetzt hier nicht vorbei. Dann geh mal wieder irgendwo durch. Okay, dann geh ich jetzt mal durch blau. Wenn das dann falsch ist, müsste ich ja zu dir kommen wieder. Aha. Okay, jetzt bin ich wieder bei dir. Okay, dann geh ich jetzt nochmal durch rot und dann nochmal durch rot. Also rot-rot, ne? Ja. Dann müsste es ja woanders hin kommen theoretisch. Rot. Rot, sehr komplexes Spiel, hat sich jemand ausgedacht, ne? Wenn das so ist. Ja, voll krass. Aha. Nein. Okay, ne, jetzt bin ich wieder hier, scheiße. Dann gehen wir durch blau. Das ist einfach ein Quatsch. Aber hatte ich ja grad schon gemacht. Jetzt rot und dann blau. Aber ich glaube einfach blau. Ja. Obwohl ich ja bei rot nicht bei dir auskam wieder, ne? Das aussieht ja netter her. So normale Treppen wären schön, dass man da nicht hochspringen muss. Das sind nur First World Problems. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Bin ich wieder weg und ich seh dich nicht. Nochmal durch blau? Ja, mach mal. Jetzt bin ich wieder hier. Was soll das? Hilfe, ich bin hier gefangen. Also blau-rot jetzt? Ja komm mal mit, komm du auch mal mit. Warte, ich lege was auf dem Boden. Ich lege eine Eisenbahn auf dem Boden. Ah. Nicht hab wir die noch brauchen, ne? So, jetzt wollen wir geportet. Gut, Eisenbahn ist nicht hier. Wieder blau? Ähm, ja. Komisch, ey. Hier ist ja der Eisenbahn. Mann, das gibt's doch nicht. Okay, nochmal. Wie soll das denn funktionieren? War das hier mit den Dingern? Äh, das sind nur Lampen. So. Hm. Wo bist du durchgegangen? Äh, rot. Okay, mach ich jetzt auch mal. Weil dann sind wir ja woanders. Vielleicht muss man dann einfach sich umdrehen und nach hinten gehen. Das ist es. LOL. LOL, 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 LOL. Echt? Ich glaub schon. Ja. Och Mann. Hi. Hier ist ein riesiger Glowstone-Raum. Voll awesome. Wurden wir verarscht, ey. Oh, lol. Guck, da kann man so drüber gehen. Nein! Hä? Guck auf den Boden. Da ist der Weg, glaub ich. Ja, wie soll ich den denn so nachempfinden? Wie geht das denn? So, mit dem Steuerkreuz einfach, ne? Oh, oh. Wir gehen da runter. Halt Shift gedrückt. Du kannst dann nicht runterfallen. Ach ja, LOL. Okay. Stimmt ja. Ach, trotzdem total. Dahinten müssen wir gleich springen. Wie soll man das denn machen? Ja, krass, ne? Ja. Okay. Okay, ich bin jetzt da. So, jetzt müsste ich da sein. Geht voll gut, ne? Man guckt eigentlich nur unten drauf, ne? Na, ich sag mal, gut ist was anderes. Okay, ich bin an dem schwarzen Ding. Ah, du auch. Krass. Lol. Und das sollen wir jetzt machen? For real? Really? Ja, ist ja kein Ding, pass auf. Ja, genau, ey. Aber cool, dass er auch da saved schon wieder, ne? Also, das finde ich sehr, sehr gut gemacht hier die Map, finde ich. Aber jetzt wird es so langsam schwer. Ja, sehr schwer. Also, ich meine, wie soll das denn gehen hier? Das geht doch fast gar nicht. Ich versuche auch zu springen und dann Shift zu drücken, damit ich nicht runterrutsche. Aber irgendwie? Ja, ich auch. Aber irgendwie komme ich immer daneben, deswegen glaube ich. Vielleicht springe ich auch vier Felder anstatt drei. Ach, lol. Mano, ey. Ach, scheiße. Oh nein. Einfach mal runtergefallen. Krass, ey. Mal. Ich bin gar nicht gesprungen, irgendwie. Du hörst. Aber jetzt noch ohne Witz, wie weiter noch weg ist, ne? Wie lange sollen wir denn hier dran sitzen? Ja. Aber wir können ja jetzt auch nicht hier durchfliegen, ne? Aber wir könnten uns an eine andere Position tippen, da vorne. Warte. Vor allem, guck mal da hinten, voll die schrägen Schwinge. Wie soll das? Alter, ey. Also, da würde ich ja gerne mal wirklich ein Video sehen, wie das einer macht, so. Ja, die können ja bestimmt, aber... Ja, guck mal, ich bin schon zweiter. Kann man sich nicht irgendwie die Konturen anzeigen lassen von den Blöcken? Ne, ne? Ne, leider nicht. Warte, ich kann hier mal drauflegen, guck. Lol. Oh nein, ganz knapp. Warte, jetzt kommt ein Dreiersprung. Oh! Oh! Ich bin auch bei dir. Ne, ich bin noch ein... Hä? Ne, ne, hier ist richtig. Jetzt kommt ein Dreiersprung. Ach so. Alter. Jetzt kommt noch ein Dreiersprung. Ach, geschafft. Jetzt kommt ein schräger. Ja. Schafft. Also nicht auf welchen ich jetzt gerade bin. Nein! Ah, das ist doch scheiße. Das ist heftig, ne? Ja. Ich hab ihn geschafft! Ich sag mal so, ich... Bis drüben? Na, nein. Ich hab den einen Sprung geschafft gerade, diesen schrägen Dreier. Ach so, ja, den hatte ich auch schon. Also das ist zu heftig. Wir müssen uns hier gerade austeleportieren, Peter. Ja, ich glaub auch. Ich mein, die Idee ist super, aber das ist zu weit weg unten, finde ich. Ja, das ist ein bisschen sehr krass. Also... Und eigentlich Zweiersprung. Wo? Zweiersprung. Oh, nein! Ja, komm. Ähm, die teleportieren uns nach vorne nochmal. Wie war das nochmal? Äh, das wusste der Heiko. Scheiße. Aber war doch eigentlich nur TP, die Ko... Deadsheep, die Koordinaten, ne? Meine ich. Ist das nicht so? Ja, eben hier TP und dann die Koordinaten, wo du hin willst. Und dann nimmst du deine aktuelle Koordinate und, äh, fügst da irgendwas zu. Ja, ja, und rechnest da was ab, halt. Ne, nachdem, wo du hin willst, ne? Ja. Welche Variabel verschiebt sich, wenn du nach vorne springst? Warte, ich mach mal mal gucken. Ich bin jetzt bei... Äh, X. Die erste. Und zwar in Richtung... Weiter Minus. Also hier ist Minus 12,30 jetzt hier unten. Ja. Okay, das hat funktioniert nach vorne. Also... Äh, Minus 12,30. Also muss ich die einfach nur erhöhen, ne? Ich mach einfach Minus 1400. Mal gucken, wo ich dann hinkomm. Ah, perfekt. Kannst dich zu mir porten. Leute, echt? Ja. Hab ich aber gut geraten. Krass. Äh, nochmal zur Erklärung. Also die Idee ist super, aber das, äh, kriegen wir so nicht hin. Auf keinen Fall. Ja, das ist auch ein bisschen sehr, sehr, sehr zeitintensiv. Also... Und ich würde gerne die, äh, den Rest der Map noch sehen. Oh, lol. Meine Auf... meine Aufnahme ist aus. Lol. Wenn ich jetzt... Fuck. Oh nein. Bist du jetzt da runtergefallen? Ja, warte, bleib mal, bleib mal da. Warte. Wir speichern dich hier irgendwie. Der war bestimmt vorher an dem Ring. Komm mit. The Ring. Der ist jetzt bestimmt gespeichert worden. Ich hoffe. W-w-waren da Löcher drin oder was? Oder was ist da passiert? Ja, da kam so ein Monster. Lauf mal weiter. Aaaaah! Loi, was... Wie geht das? Was ist das denn? Ja, gut. Hat funktioniert. Mit dem Speichern? Ja. Wie sollst du dem entkommen? Der lenkt ab. Hier ist ein Loch einfach. Achso, lol. Du achtest auf das Viech und unter dir ist ein Loch. Wie gemein. Aber cool. Ist da nur ein kleines Loch oder? Äh, zwei. Zwei Vierer. Was? Zwei Vierer? Umdrehen. Sprünge, oder? Ja, zwei Vierer. Oder zwei Dreier. Ich seh hier gar nix, ey. Haha. Brighten is bright. Immer wenn das Vieh kommt oder was ist der da? Der Sprung oder was? Ja, so ziemlich. Kurz danach. Ich tippe mich jetzt aber zu dir. Weil das ist wirklich bei mir hier gerade sowas von dunkel. Ich kann ja nix sehen. Bei mir ist das einfach pechschwarz. Das war wieder geil hier. Läufst du gegen den Glowstar und stellt da umdrehen und dann ist das hier. Oh mein Gott. Die Zellen, die sehen aber krass aus, ey. Die will ja auch nicht inhaftiert sein. Ein sehr spleeniger Direktor hier. Duschen? Ach, guck mal hier. Alles cool gemacht. Mit den tropfenden Dingern, ne? Guck mal. Ach stimmt, da tropft es ja sogar. Ach guck mal, auch guck mal hier die Lampe hier oben. Jo, das ist cool. Sehr schön gemacht. In der einen Dusche kann man rein. Ach lol. Slime-Blocks. Ja, und jetzt? Ja, komm runter. In welcher Dusche kommst du denn rein? Da sind nur zwei. Und wie kannst du da runter? Achso, da mit so einem Hebel aus? Ne, da war die Luke offen. Achso, hier. Ah. Dann kommen wir in die eine Richtung. Alter, wo müssen wir denn jetzt hier hin? Bist du durch das Wasser schon durch? Ja. Okay. Ich kraule gerade dagegen an. Also nicht durch das Wasser. Ich bin einfach diesen grünen Weg entlang gehüpft. Ja. In eine Richtung. Ja, ich auch. Aber da kommt ein Wasser. Lol, da kann man aber nicht durch. Was war denn da? Runtergefallen. Warum? Sonst hüpfen wir in Richtung grün. Ja, mach ich gerade. Dann müsste es eigentlich bei mir rauskommen. Slime-Blocks und Blocks sind lustig. Ah, da bist du. Na? Da ist das Loch? Der Jumper. Da ist das Loch aber treffen müssen, was? Ne, wir müssen eigentlich komplett durch. Ich überlege gerade, wo wir da landen sollen. Vielleicht auf den anderen grünen? Yeah, Kawabanga! Scheiße, fast geschafft! Man springt da so krass weit, ne? Ja, ich hab's gerade gemacht. Ich bin direkt von der Brücke aus, ähm, durch die Brücke durchgesprungen, die kaputte rechts. Und dann kannst du da so... Ja, ich komm schon bis zum Boden, aber ich weiß nicht, wo ich da landen soll. Ja, das ist doch nochmal eine grüne Fläche. Ja, da bin ich drauf und da sterbe ich immer. Echt? Okay, das ist ja doof. Oh, zu viel gelenkt. Oder sind da so kleine Löcher, in die wir rein müssen? Wäre ja krass. Ja, wäre auch krass. Also hier muss ich schon mal nicht hinspringen, auf jeden Fall. Diese kleinen Löcher, mal gucken. Ui! Ja, stimmt. Also da unten, das überlebst du nicht auf dem Slime, ne? Nee. Eigentlich müssen wir da so einsacken drin. Weil es halt weiß ist. Ich frag mich auch gerade. Oder müssen wir hier nach und nach runter? Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Kann man hier so runter rein? Ob wir da wirklich so runter müssen? Oh! Aha. Nein! Ich denke schon, dass man da nach und nach runter springen muss, ne? Ja, ich bin gerade mal auf die Brücke. Okay, die Brücke, wenn man da rüberspringt, das bringt einem nichts. Aber hier kann man noch gar nicht nach und nach runter. Ah, da ist ein Schalter hinter dir. Ach ja, lol. Hinter dir, da. Rück mal. Step by step. Ja, wieder Punkte. Ah. Hm. Muss ich den ja auch noch drücken, sonst krieg ich ja nicht hier die Punkte. Ne, ich hab die bekommen. Ah ne, krieg ich trotzdem nicht. Ach, scheiße. Auf den Kamin vielleicht dann? Ach, der ist doch viel zu... Der ist doch viel zu tief. Na, eigentlich schon, ne? Ja. Ich mein, hier rüber schafft man's, aber hier ist nix. Hm. Hm. Hä? Ist hier oben vielleicht noch irgendwas? Da ist schon mal nix da hinten. So, nix. Ist da unten irgendwas drin in dem Ding? Ne, auch nicht. Warte. Warte, ich will was versuchen. Ich will auf den Kamin landen. Was ist denn unter diesem Haus, wo der Kamin drin ist? Da sind so komische schräge Strukturen. Weiß nicht, ob das vielleicht irgendwas ist, wodurch der Fall verlangsamt wird oder so? Das weiß ich nicht. Ach ne, geht nicht. Hast du genau getroffen? Ich bin jetzt genau auf dem Kamin gelandet. Hallo. Ne, Cobblestone ist das. Da ist doch ein Balkon. Oder muss dann direkt auf dem Balkon landen? Vielleicht sah ja falsch an aus. Aua! Ah, die Strukturen meinst du? Die sind glaub ich nur so Style, ne? Style! Ja. Ach guck mal, man muss noch weiter vielleicht in der Mitte. Du, bist du durch die Mitte schon mal komplett gesprungen? Ja. Okay, das ist ja auch so. Okay, auf dem Balkon kann man nicht landen. Nein! Das ist dann bestimmt, hier springen wir durch und unten ist dann ein Loch wirklich nur. Boah, wie ätzend das wär. Ja, ne? So, schaffen wir das jetzt mal hier? Komm, komm. Ah, falsche Richtung. Oh, lol! Bist du weggejumpt? Ne, ich bin auf diesen... Ach, das sind diese... Ach ja, auf die Slime-Blöcke, auf die richtigen, ne? Auf diese grünen da halt. Ja, auf die einzelnen. Da fehlerst du ab, lol! Ja, krass! Da wird's aber auch nur Glück. Weil ich hab ja oben die Slime-Blöcke schon versucht, da ging es halt nicht. Also du lebst unten jetzt? Ja. Ah, ich komm mal zu dir. So! Was ist hier? Welche Richtung? Links oder rechts? Oh, ich hab nen... Oh, Schnelligkeitstern. Geh da hinten drauf! Ah! Habe ich nicht bekommen. Hast du keinen? Ah, da. Doch. Boah, ist glaub ich sehr weit, ne? Wo bist du denn her? Oh. Nach links. Nein! Auch nach links? Nein, nach rechts, aber ich bin das ja oben. Warum? Das weiß ich nicht. Teleportiert worden, oder? Ja, also ich bin gestorben, aber ich wär oben. Bei mir ist vollkommen, bei mir ist jetzt hier ein Quergang, wo ich rein kann. Soll ich lieber da reingehen jetzt? Ah! Ende! Haha! Okay, warte, ich komm! Was ist denn hier noch? Weil ich bin das ja komplett am Anfang. Ah, ich auch. Ja, ist ja hier. Guck mal, hier in der Mitte ist aber noch so ein Ding jetzt. Zurück zum Spawn. Zurück zum Spawn. Da muss er erstmal schaffen mit dem Geschwindigkeitsstern in der Hand. Hä? Loll! Ja, zurück zum Spawn, ne? Was stand da rum? Wo? Warte, ich hör jetzt mal nach oben. Ach, jetzt können wir uns die Map angucken. Cool. Ah! Das ist ja auch an alles gedacht, ne? Ich muss sagen, sehr, sehr geil gemacht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Fehler war, als ich nicht teleportiert wurde. Ich denke aber schon, weil jetzt sehe ich hier zum Beispiel zwei rote Pfeile. Ja. Kann sein. Aber auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ne, aber guck mal, hier ist nämlich auch eine Tür. Hier unten. Und ich nehme wirklich an, dass einer von uns beiden hier oben gespawnt wäre. Vielleicht, oder? Ach, zum Helfen meinst du? Ja. Aber das ist so krass, du fliegst hier durch so Gänge und während du da durchfliegst, ändern die sich. Das ist so, finde ich echt genial gemacht. Ja, auch so mit dem Haus waren die schon wieder schmiert. Du gehst rein, gehst wieder raus und dann auf einmal hast du da was ganz anderes. Ja, vor allem, dass es gar nicht geruckelt hat auch, hat mich echt geflasht so. Ja. Und mit dem roten und blauen Gang wurden wir schön gefickt. Ja, auf jeden Fall. Aber wir haben es trotzdem ja noch geschafft. Ja, sehr gut. Ja, vielen Dank für diese Map. Wirklich ausgezeichnet, ja. Überwältigend ausgezeichnet. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Guckt mal beim Deadpool vorbei. Ja. Aber Leute, lasst euch nicht einschüchtern. Das muss nicht der Maßstab sein für unsere Maps, die wir in Zukunft spielen. Wäre natürlich nice, aber in der Komplexität erwarten wir das auch noch nichtmals. Das stimmt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.